Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Kurz nach der Rückkehr aus dem Trainingslager wurde nun auch von unserem neuen Chefrenner Frank Kramer sowie dem gesamten Trainerteam entschieden, wer die Saison die Kapitänspinne tragen wird. Ich weiß, für viele ist das nicht mehr allzu bedeuten, trotzdem natürlich für die hierarchie der Mannschaft nicht unwichtig und die Wahl fiel auf Danny Latza, der bereits auch in der vergangenen Saison schon Kapitän war. Und ich finde, das ist durchaus auch die richtige Entscheidung. Es gibt nun auch zwei Stellvertreter, die auch in vollender Reihenfolge ernannt wurden. Zum einen Simon Terodde ist somit unser zweiter Kapitän, sicherlich nicht überraschend, aber ein Neuzugang ist direkt unser dritter Kapitän und das ist Maya Yoshida, was sicherlich nochmal zum Ausdruck bringt, dass er wirklich unser Abwehrboss sein wird, Stammspieler schlechthin, weil das drückt natürlich auch so eine Entscheidung in gewisser Maßen mit aus. Und die drei genannten bilden gemeinsam mit Viktor Paltson, Ralf Fährmann, Tom Kraus und Michael Langer, der zugleich auch Kassenwart ist, den Mannschaftsrat. Und auch die Wahl ist sicherlich durchaus teilweise überraschend. Ralf Fährmann und Michael Langer spielen zwar sportlich nicht mehr die allzu große Rolle, sind aber für die Mannschaft einfach unglaublich wichtig. Auch das zeigt das nochmal. Ähnlich auch bei Viktor Paltson, wo ja auch schon viele gesagt haben, ist der gut genug für die Bundesliga, warum behält man den? Weil er eben nicht nur sportlich was kann, sondern auch als Typ unglaublich wichtig ist. Und neue Mannschaftsrat ist damit Tom Kraus. Und damit bleiben wir auch dabei, dass ein junger Spieler zum Mannschaftsrat hinzugehört. Vor allem wurde der Malik Chau benannt für den Mannschaftsrat. Jetzt eben mit Tom Kraus direkt ein zweiter Neuzunger mit drin. Auch das ist sicherlich ein Signal, dass man von ihm auch da in die Richtung was erwartet. Aber natürlich auch ein gewisser Vertrauensvorschuss. Und Frank Kramer hat sich nun auch über die Wahl von Denilatzer geäußert. Wir haben die vergangenen Tage und Wochen intensiv genutzt, um uns mit allen Beteiligten umfassend auszutauschen. Auch in diesem Fall steht für mich der Teamgedanke über allem, weshalb wir uns ausreichend Zeit nehmen wollten, um ein Gefühl für die Gruppe und die bestehende Hierarchie zu bekommen. Freut sich Kramer darüber, nun also die Entscheidung getroffen zu haben. Und ich finde, Latzer als Kapitän ist die vollkommen logische und richtige Wahl, weil das eben auch schon war und in der Vorbereitung auch sportlich in sehr, sehr guten Eidung hinterlässt. Terodde und Yoshida als Stellvertreter, auch das macht sicherlich Sinn. Eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf. Anale Schalker